Thema Vorlagen. Da habe ich etwas länger darüber nachgedacht, was für Vorlagen tatsächlich Sinn machen. Und unterm Strich ist es tatsächlich so, dass die selbstgemachte Vorlage immer den größten Sinn macht. Das hat für mich persönlich den Grund, dass ich dadurch nicht eingeschränkt werde. Also diese klassische Vorlagensucherei im Internet, das mache ich schon lange nicht mehr, weil ich so eine Vorlage selber viel schneller erstellt habe und vor allen Dingen dann meine eigenen Ideen damit einarbeiten kann. Ausnahmen sind Fahrzeugarchive. Also diese ganzen Fahrzeugdaten alle nachzumalen, das macht überhaupt keinen Sinn, weil es da wirklich gute Archive gibt, wie zum Beispiel CC Vision. Das ist, glaube ich, so der bekannteste in dem Geschäft. Die selbstgemachten Vorlagen, da kann ich eben auch noch was zu zeigen. Und zwar habe ich da selbstverständlich eine Datei für vorbereitet. Und zwar Klassiker Briefhüllen ist eigentlich ein Ding, was in der Grafikwelt ständig gemacht werden muss. Ich habe mir die Konturen grob angelegt, dass ich die Maße von diesen Briefhüllen als Abwicklung sichtbar habe. Ich habe mir die zu gedruckenden Flächen als Powerclip gekennzeichnet und kann jetzt über die Ebenen, die ich angelegt habe. Ich habe jetzt hier einmal die Ebene Dokument. Da sind alle Daten drin, die ich in diesem Dokument tatsächlich gedruckt haben möchte. Ich habe eine Ebene, da ist mein Powerclip. Das ist der Bereich, der gedruckt wird. Und ich habe eine Ebene, das ist die Vorlage, das sind die ganzen Konturen, die man hier sehen kann. Die habe ich auch nicht druckbar gestellt. Das heißt, wenn ich später Datei ausdrucke, beziehungsweise eine Datei für den Dienstleister exportiere, bleibt das außen vor. Ich habe dann wirklich nur diesen druckbaren Bereich da drin. So, ich mache den jetzt mal hier sichtbar. Das ist also das Ding, was ich dann auf den Umschlag machen möchte. Dann schiebe ich dann einfach den Powerclip. Habe hier entsprechende Überfüllungen und sowas schon angelegt und kann jetzt daraus die Datei für den Dienstleister generieren oder eben, wie gesagt, die ganze Geschichte ausdrucken. So, da wir ja eine Vorlage haben möchten, normalerweise speichere ich die ganze Geschichte jetzt in einem Kundenordner ab und müsste mir das ja dann da immer wieder suchen. Oder ich habe irgendwo einen Ordner angelegt, wo diese ganzen Vorlagen drinnen sind. Aber da bietet dann CorelDRAW eine Möglichkeit, die Vorlagen separat zu speichern, die dann auch immer so bleiben. Und ich kann aus dieser Vorlage immer wieder die neue Datei generieren, indem ich hier unter Datei auf Neu aus Vorlage gehe. Da sind diese erstellten Vorlagen alle drin, finde hier mein Kuvert und kann sagen Öffnen. So, jetzt muss man aber beachten, der hat jetzt eine unbenannte Datei erzeugt. Das heißt, ich kann mit STRG S jetzt hier nichts mehr speichern, sondern das ist die reine rohe Datei, die aus dem Vorlagenordner kommt und muss die jetzt tatsächlich separat in einem entsprechenden Kundenordner noch ablegen. Das darf man eben nicht vergessen. So, ebenso kann ich, wenn ich eine neue Vorlage erstellt habe, für immer wiederkehrende Erzeugnisse oder was auch immer, kann ich die entsprechend auch als Vorlage speichern, indem ich dann da passend auf Datei Vorlage speichern gehe und kann dem dann hier einen Namen geben und dann eben in der sprechenden Stelle auch ablegen. Und so habe ich dann diese eine Vorlage, die ich erstellt habe, immer wieder abrufbar an einem und demselben Ort. Übrigens auch wieder über diese Ordnerstruktur, die ich am Anfang gezeigt habe, immer an dem gleichen Ort abgelegt. Also ich komme da auch mit anderen Corridor-Versionen aus dem Netzwerk zum Beispiel dran, wenn ich das entsprechend konfiguriert habe.